Mein Name ist Marco Kürzler, ich bin Certified Aircraft Ingenieur hier in der Line Maintenance in Zürich von der Swiss. Das ist ein Airbus A330. Ich zeige euch heute mal hinter die Kulisse, was wir den ganzen Tag so machen. Und ich hoffe, ihr habt ein wenig Interesse daran. Ich stehe am Viertel, ab 4 Uhr am Morgen, dusche, zum Morgenessen, komme zum Flughafen, umziehen, Kaffee zuerst rauslassen. Dann geht man zu seinem Lead Ingenieur, wenn er auf die Langstrecken ist. Dann kommt man seine Arbeit rüber, die er vorbereitet hat. Ich sitze am Computer, schaue mich ins System ein, hole mir noch nötige Zusatzinformationen. Und werde dann zum Auto gehen, wo es eine Toolbox drin hat. Und sonst noch Equipment, kontrolliere ich die Toolbox, ob die vollständig ist, was sehr wichtig ist. Und dann geht es direkt am Flughafen, was geht. 2017. jusqu movie Krein hoch wird, auf 1er der fernen... judgement dieujre von fast.. Alles gut. circulate gut. Super, circulate über Wasser! Ente und nach... Literλη Z bones! eviden geiert das Gastbetwy다! mental querer, wie ich bin Blanche. bleibt wunderbar, sorry! Y pert mir das ist Cordiałem. Ich bin in das Cockpit gekommen. Ich habe das Kabinenlookbuch für Kabinen-Troubles entgegen genommen, wie auch das Lookbuch für den Pilot. Der Pilot kann einschreiben, wenn er irgendetwas hatte. Jetzt habe ich es entgegen genommen. Das sieht nicht schlecht aus. Ich habe geschaut, ob ich Öl auffüllen muss auf den beiden Treiber, ob ich hydraulisch auffüllen muss. Das sieht gut aus. Pneudrücken. Ob es sonst eine Fehlermeldung hat, die noch hinterlegt ist, ist auch gut soweit. Dann mache ich schnell Cockpit-Check, wenn die Plattformen abgestellt sind, die Fuelpumpen abgestellt sind, die Batterien draussen sind. Dann schalte ich das alles in unsere Maintenance-Position, wenn etwas nicht so sehr zivil ist. Ich bin jetzt hier im Amionics-Compartment unten drin. Das ist praktisch exakt unter dem First Class Gallery bei unserem A330. Da sind all die Computer verstaut, die man zum Fliegen braucht. Ich wechsle jetzt hier noch eine Diskette, die verschiedene Parameter aufnimmt, die wir für ein sogenanntes Trend-Monitoring brauchen. Ich kontrolliere jetzt gerade eine sogenannte PIDI-Rolle. Das wird gebraucht, um den Frachtcontainer dahinter zu fahren. Das Loading-Team hat anstanden, dass die Rolle hier nicht mehr gut ist. Ich kann es uns gut kontrollieren. Sie haben recht, es ist abgelaufen. Es ist nicht weiter tragisch, aber es macht den Container kaputt und hilft nicht wirklich zum Hinterladen. Ich schreibe das jetzt auf und werde die Karte steuern, um sie zu wechseln. PIDI-Rolle Untertitelung des ZDF, 2020